Hallo, heute wollen wir mal anstelle vom Dreisatz eine etwas kürzere Form benutzen. So, Dreisatz ist klar, eine ganz einfache Beispielaufgabe, 5 Äpfel, 2 Euro, wie teuer sind dann 8 Äpfel. Was kommt da raus? Okay, fangen wir an, Wissenszeile, 5 Äpfel, 2 Euro. So, auf beiden Seiten wird jetzt durch 5 geteilt, dann haben wir die 1er Zeile, 1 Apfel 40 Cent und wir wollen ja 8 Äpfel wissen, also die Ergebniszeile, dort kommen wir hin mit mal 8 auf jeder Seite und wir halten 8 Äpfel, sind 3,20 Euro. Antwortsaatz fertig. So, wer ein bisschen kürzer schreiben will, sollte sich mal folgendes überlegen. Wie kommen wir zu diesem großen Fragezeichen? So, wir fangen an mit den 2 Euro, teilen die durch 5 und haben dann mal 8 gerechnet. Okay, dann schreiben wir uns jetzt mal auf. Fragezeichen ist also 2 Euro mal 8 und anstelle von geteilt durch 5 machen wir einen Bruchstrich durch 5. So, das ist toll, das brauchen wir öfter einrahmen. Das können wir jetzt alles weglassen. Unsere ganzen Pfeile, die 1er Zeile und mit diesem 4er Block kommen wir jetzt hin. Wir schreiben also nur noch die Wissenszeile und die Fragezeile hin. Okay, wie läuft das Ganze? Die 2 Euro haben wir mal genommen mit 8 Äpfeln und geteilt wird durch die Zahl, die diagonal zum Fragezeichen steht. Also die 5 kommt in den Keller. Das machen wir mal an einem Beispiel. 12 Kilo Äpfel kosten 30 Euro. Wie teuer sind dann 20 Kilo? Ich weiß, 12 Kilo, 30 Euro, 20 Kilo, weiß nicht wie viel. Unser super Trick geht los, Fragezeichen ist gleich, Bruchstrich kann auch schon hin. Und jetzt geht es los, wer steht diagonal zum Fragezeichen? Die 12 Kilo, ab in den Keller. So, und die beiden anderen kommen auf den Bruchstrich, 30 Euro mal 20 Kilo. Fertig, der Taschenrechner liefert 50, Einmalmaßeinheiten kürzt sich, übrig bleiben die Euros und unterstreichen, fertig. Noch ein Beispiel. 12 Kilo Äpfel kosten 30 Euro und jetzt aber andersrum gefragt, wie viel Kilo Äpfel bekomme ich für 8 Euro? 12 Kilo, 30 Euro, 8 Euro kommt unter die 30 Euro, klar, und das Fragezeichen steht diesmal da vorne. Ist jetzt kein Problem mehr, weil wir wissen, wie der Trick läuft, Fragezeichen ist gleich, Bruchstrich. Wer steht diagonal zum Fragezeichen? 30 Euro, also ab in den Keller. Auf dem Bruchstrich 12 Kilo mal 8 Euro. Der Taschenrechner liefert 3,2. Ich kümmere mich um die Masseinheiten, Euro kürzen sich, Kilogramm bleibt und wir sind fertig. Unterstreichen, Antwortsatz. Das war's.